Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wie ihr schon seht, läuft im Hintergrund schon der erste Clip, da ich da aber nicht gesprochen habe und ich generell in diesem Video keine Musik hinterlegt habe, nutzt sich das sozusagen ein bisschen als Background, um jetzt sehr kurz mal ein Vorwort einzureichen. Und zwar möchte ich mich erstmal entschuldigen für manche Clips, die ein wenig älter sind, wo die Audio eben ein bisschen knackt und knistert. Das ist jetzt halt einfach mal passiert, sollte mit den neuen Clips nicht mehr vorkommen. Und ich bitte, dies einfach mal zu entschuldigen. Dann habe ich diesmal einfach keine Musik hinterlegt, wie schon gesagt, um dieses Skillhafte und das Ganze ein bisschen mehr aufs Gameplay zu fokussieren. Das ist das erste Mal, dass ich sowas hochlade und dann wollte ich das einfach mal so probieren. Und ich hoffe, dafür habt ihr auch Verständnis. Ansonsten wünsche ich weiterhin viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Oh, das war ein schöner Kick. Ey, das ist ein Eis-Ernst von denen. Ey, ich habe die Haupttür im Blick. Einer sitzt irgendwo noch bei euch da. Lektor! Einer ist außerhalb des Raumes. Habe ich? Nein, das ist einer, glaube ich. Da muss man in der Treppe kommen. Der letzte Treppe soll immer schon rein. Das war nochmal Kretaschuh. Hast du einen Fuse erwischt? Fuse und Glass. Okay. Mit dem Todesflank, motherfucker. Boah, alter. Das wird von deinem Projekt. Du bist aufgehoben. Finkel habe ich auch. Oh, fuck, ist offen, alter. Das ist zu befreien. Ich bin normal. Ich bin gefickt, Digga. Ah. Ich bin gefickt. Digga, du bist wieder helfen. Hier ist doch einer. Halt hoch. Digga, nein. Digga. Letzter, als auch hier draußen. Der ist da. Oh mein Gott. Das war ein Ace. Das war ein Ace. Das war ein Ace. Aber das war ein trauriges Ace. Das war ein richtig trauriges Ace. Der ist ein Ace. Oh mein Gott. Hey, Started. Battle Howl. Verkleb mich. Link Star Free. HAAA? LOWER HEwww. Warte mal, ein Gegner verbleibt. Er war an der Stahl in front of you. Oh, er war schon gewehrt. Die Gegner haben meine Bombe lokalisiert. Schützt sie. Ace, motherfucker. G-G. G-G. Da ist ein Alibi. Ah, der war ein vom Ace. Stehen sie da immer noch? Ich hab keine Ahnung, schieß einfach noch. Ach, come on. Man läuft nicht von hier weg. Da ist noch wer. Jaja. Ich hab keine Ahnung, wenn ich sie schon. Ich hab keine Ahnung, wenn ich sie schon. Halt los. Ich hab keine Ahnung, oder? Schmeiß. Jajjaja. Ja, man. Ey, 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 ey. Krieg sie, komm. Ey, vorsichtig, da steht ne Claymore. Ich loo. Echt? Claymore vor dir. What are you doing? Ach das. Ha ha! Ey, du kannst doch... Oh ne, das wird schon schockt. Batade, aber gekeh ein. Batade. Alter. Jungs, Ace. Nein, doch nicht. Nein. Du kannst du Arsch. Du kannst du Arsch. Ey, ich hab den ersten Kill gemacht. Nein, nein, nein. Hallo? Ich hör nicht. Ich hör nicht. Der war... Bei den Stairs war das da. Doch mir ist total. Als ob das kein Kopfschuss war oder nein. Christian. Injured. Ja, dann ist es injured. Die liegt aber bestimmt irgendwo. Ja, sehr schön. Also nur noch einer. Letzter verbleibender Gegner. Okay. Okay. Hast du noch eine Drohne? Ja, okay. Keine Zeit. Kann ich bleiben? Ja, muss Gas geben. Time, time, time. Fünf Sekunden. Fünf Sekunden. Ein Scharfer ist online. Unabhängig. Das war für nur noch einer. Aber nicht machen. Nichts. Alle clothes.